Im Spiel ist er nicht gedacht, der Bayern-Stürmer und jetzt kommt Alberto Scillardino und Fiorentina. Er ein Weltmeister, dann ausgemustert unter Donadoni, nicht dabei bei der Europameisterschaft im Vorjahr. Comeback dann unter Marcello Lippi beim Lippi-Comeback, das war das 2 zu 2 Österreich in Nizza. Und da hat Scillardino auch getroffen. Und da hat Scillardino auch getroffen.